Es gibt Menschen in Deutschland, die nicht genügend zu essen haben. Allein in Berlin ist jeder Fünfte von Armut bedroht. Und über 11.000 Menschen haben kein Dach über dem Kopf. Aber es gibt Menschen in Deutschland, die etwas dagegen unternehmen wollen. Und aus diesem Grund hat sich Friends with Benefits etwas Besonderes ausgedacht, um diese Menschen zusammenzubringen. Gemeinsam mit Mustafas Gemüse Kebab findet in Berlin ein einzigartiges Hilfsprojekt statt, das dir die Möglichkeit gibt, anderen etwas Gutes zu tun. Die Essensmarke. Einfach zwischen dem 18. November und dem 22. Dezember bei Mustafas zum Kebab eine Essensmarke kaufen und einen Bedürftigen spenden, der dafür bei Mustafas eine Mahlzeit erhält. Einfacher geht's kaum. Und wenn alle mitmachen, wird es Essensmarken schon bald in deiner Stadt geben. Und mit deinem Lieblingsgericht. Es ist so leicht, anderen das Leben leichter zu machen.